Kalt, grau, ungemütlich. Oder wie Patrick mir gestern gesagt hat, Berlin liegt einfach mal in einer anderen Klimazone. Es ist kalt, es ist wirklich kalt. Erstens kommt alles anders und zweitens, als man denkt. Berlin ist einfach mal gerade in einer anderen Klimazone. Aktuell nur noch minus 1 Grad, trotz dem Tier Schnee. Und heute geht es noch mal ein bisschen gravelen, ein bisschen raus, die Kälte genutzeln. Und nach oben. So, ich bin mittlerweile 4 Kilometer von Potsdam. Es schneit, mir ist warm und gleich geht es zum Brutebite. Auf jeden Fall 1 nach 1 fahren, ein bisschen auf Abstand. So, heute richtig im Schnee. Heute mal komplett leiden. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ich bin heute wieder mit meinen Koppen unterwegs. Und man gewöhnt sich hart an den Gravel Lenker und es ist richtig ungewohnt. Wie es schneit, es ist geil, wie es warm läuft. So, die Stimmung ist mega. Es schneit immer mehr, wird immer schlimmer. Aber wichtig ist gute Laune haben. Und läuft nicht rein. Der Ben, der das Ganze organisiert, der ist gestern auf den Schirpenwolf gefahren. Konnte ich ja leider nicht. Aber wir haben hier mega viel Spaß zum Schnee. Einfach geil. Ja, das kannst du ja alles da machen. Ja, das kannst du ja alles da machen. Wir haben mega viel Spaß beim Puls Raas. Richtig weicher Sand. Geil. Okay, berg auf. Oh, willkommen im Schneesturm 1977. Richtig geiles Wetter. Äh, Schnee. Ist das geil. Auf jeden Fall immer mehr Schnee. Aber richtig gute Laune. Und es hält sich jetzt perfekt geschafft zu Fahrradfahren. Wir kommen bei der Berliner Wohnungsbesichtigung. Heute Altbau. 7.000 Euro warm. Oh, können ruhig mal renovieren, oder? So, irgendwo sind wir auch schon wieder in Potsdam. War bisher eine mega coole kleine Runde. Und ja, ich muss auf jeden Fall noch nach Hause. Liken, abonnieren, kommentieren. Auch. Wie. Das hat dich nicht vorwiegend. Es geht nicht vor. Du bist mir im Klischen. Hörst dich nicht vor. Wie. Du bist. Du bist.